bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe geschwister, like den beitrag, teilt den beitrag, damit wir heute viele viele menschen erreichen. bevor ich anfange, bevor die leute eintrudeln, es wird langsam immer mehr, wa alaikum wassalam, wa alaikum wassalam, wollte ich erst mal sagen, ich bin inshallah im dezember, mache ich wieder eine umrah und wer mitfahren will, der sollte einfach bei bakka reisen melden, inshallah, über die winterferien bzw. die weihnachtsferien und inshallah, wie ihr wisst, steht inshallah am 11. august das opferfest an, es ist sunnamu akkada, nach einigen gelehrten auch pflicht, dort für sich und seine familie, also die leute, die man versorgt, frau und so weiter, ein schaf, ein opfer zu bringen, ein schaf zu schlachten oder also es werden diesmal nur schafe angeboten, ich habe darüber auch schon einmal einen vortrag gemacht, ja und es ist eigentlich zunna, das in dem ort zu machen, wo man selber ist und das auch selber zu machen, aber durch die vorschriften, die es in deutschland gibt, ist das nicht für jeden leicht, in deutschland, in der österreich oder in der schweiz, ein schaf zu opfern und deswegen gibt es die möglichkeit, das für sich tun zu lassen, am islamischen land, das könnt ihr auf ihed nachschauen, geht einfach auf ihed und da könnt ihr dort nachschauen, da gibt es verschiedene länder wie somalia, syrien, gaza, wo dann schafe geschlachtet werden, das fleisch an erarme, bedürftige menschen verteilt wird, das thema, ja das ist hier nicht jetzt, das thema ist jetzt nicht hier, wie man die umra macht, ich würde euch den ratschlag geben, dass ihr einfach auf die seite geht, vom backer reisen und euch dort weiter informiert, ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, auf jeden fall, das thema habt ihr schon gesehen, das thema ist, ist das problem die mangelnde dawa oder die vielzahl der dawa, was heißt die mangelnde dawa, was heißt dawa überhaupt, dawa kommt von dem Wort da'a yed'u, das ist aufrufen, jemand rufen, damit ist der Ruf zum Islam gemeint, der Prophet a.s.w. sagte, wer zu einer Rechtleitung ruft, der kriegt den Lohn davon und den Lohn, der dieser Rechtleitung folgt, ohne dass das denen, also die der Rechtleitung folgen, etwas wegnimmt am Lohn, ja, obwohl er den Lohn kriegt, kriegen die auch den vollen Lohn, das heißt, ich rufe jemanden zum Gebet beispielsweise, da kriege ich den Lohn dafür, dass ich ihn zum Gebet gerufen habe und jedes Mal, wenn er betet, kriege ich auch den Lohn dazu, wenn er anfängt, ja und jedes Mal kriege ich auch den Lohn davon, aber er kriegt den Lohn für sein Gebet nicht abgezogen, das heißt, das ist eine wunderbare Tat und deswegen sagt Allah auch im Koran, in Sot al-Fusilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِلَ اللَّهِ وَعَمِلَى الصَّالِحًا وَقَوْلَ إِنَّنِي مِلْمُسْلِمِينَ Und wessen Wort ist besser, als wer zu Allah ruft und Gutes tut und sagt, wahrlich ich gehöre zu den Gott ergebenen. Das ist eine gewaltige Tat und das ist die Aufgabe aller Propheten gewesen. Alle Propheten kamen mit der Dawa und die Dawa beschränkt sich nicht nur auf den Aufruf der Nicht-Muslime, sondern wir sehen hier, der Hadith sagt nicht, مَنْ دَعِلَ الْهُدَى 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 Sondern مَنْ دَعِلَ الْهُدَى 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 الْهُدَ ruft. Und Menda'il al-Hudda ila-Huddan heißt, wer zu einer Rechtleitung ruft. Wer zu einer Rechtleitung ruft. Und in der Realität bedeutet das, Menda'il al-Hudda, wer zu Rechtleitung ruft, das heißt, wer zum Islam ruft. Das heißt, man würde darunter verstehen, wer einen Nichtmuslim zum Islam ruft. Aber Menda'il al-Huddan bezieht alles. Eine Rechtleitung. Das heißt, eine Rechtleitung ist zum Beispiel, wenn ich jemanden zum Gebet rufe. Eine Rechtleitung ist, wenn ich jemanden dazu motiviere, in der Moschee zu beten, anstatt zu Hause zu beten. Eine Rechtleitung ist, wenn ich jemanden dazu motiviere, die Azkarr zu machen. Möge Allah uns helfen, die Azkarr Kraft geben, die Azkarr nach den Gebeten immer zu verrichten. Das heißt, sowohl eine Tat, die Mustahab, die erwünscht ist, als auch eine Tat, die verpflichtend ist, als auch zum Islam zu rufen. Das ist alles eine Rechtleitung, beziehungsweise die Rechtleitung. Alles ist in diesem Hadith mit drin. So, jetzt die Frage, was ist das Problem, was wir haben? Ist das Problem, dass zu wenig zu den Rechtleitungen gerufen wird? Oder ist das Problem, dass zu viele zu der Rechtleitung rufen? Was ist das Problem, was wir haben? Was denkt ihr? Wahrscheinlich werdet ihr mich jetzt für wahnsinnig halten. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt denken, wie? Ist doch klar, das Problem ist, dass zu wenig zur Rechtleitung gerufen wird. Jugendliche sitzen in der Shisha-Bar, sitzen im oder im Spielcasino oder in noch schlimmere Orte und in die Disco. Keiner sagt ihm, hey Bruder, achi, das, was du machst, ist nicht gut. Es werden Drogen genommen und keiner sagt, hey Bruder, das, was du machst, ist nicht gut. Guck mal, der Prophet Alayhi Sallam hat das und das gesagt. Ja, hier, endlich mal gibt einer eine Antwort. Kerim, Jazakallah auch heran. Okay, sagt mir eure Meinung, wird zu wenig gerufen oder gibt zu viele, die rufen. Leute beten nicht, die beten auf der Arbeit nicht. Gibt es zu viele, die denen sagen, ja, Rufe, die denen sagen, ja, bete doch, Bruders Gebet ist ganz wichtig, guck mal, der Prophet Alayhi Sallam hat so und so gesagt, doch gibt es zu wenige. Das ist die Antwort. Ihr werdet wahrscheinlich alle der Meinung sein, ja klar, ist doch logisch. Es gibt viel, zu wenige, die rufen, der Mangel der Dauer ist das Problem. Der Mangel der Dauer ist das Problem. Das werden viele sagen. So. Und jetzt? So. Und jetzt? Was ist die Lösung? Und dieses Problem habe ich von vornherein, von vornherein entdeckt. Von vornherein habe ich dieses Problem entdeckt. Dass unser Problem daran liegt, dass es zu wenige gibt, die zum Weg Allahs rufen. Dass es zu wenige gibt. Als ich Muslim geworden bin, ich bin eigentlich durch Selbstrecherche zum Islam gekommen. Das heißt, ich habe, es gab keinen Muslim, der aktiv versucht hat, mich zum Islam zu bewegen. Vielleicht hat jemand das indirekt versucht, aber es gab nicht wirklich einen aktiven Versuch, dass irgendetwas unternommen wird. und so kenne ich so viele Leute. Ich kenne sogar Leute, die gestorben sind ohne Islam, wie mir einer wirklich versucht hat, die Wahrheit beizubringen. Es ist so weit, dass es Muslime gibt, die die absoluten Grundlagen ihrer Religion nicht kennen und nie hat jemand was davon gesagt. Die haben absolut keine Ahnung. Brüder und Schwestern, ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir hier auf der Seite manchmal für einen Schwach, manchmal für Sachen erleben. Für mich war es zum Beispiel unvorstellbar, dass ein Muslim, der 20 Jahre alt ist, nicht weiß, wann das Fasten beginnt. Das war für mich absolut unvorstellbar, weil das wusste ich schon im ersten Jahr, nachdem ich Muslim geworden bin. Ich konnte es nicht begreifen, dass jemand nicht weiß, ob das mit Fächer beginnt oder mit Sonnenaufgaben beginnt. Das ist jetzt sogar eine harmlose Frage. Da gibt es ganz viele, die diese Frage stellen. Wurde nicht schlimme Zeit. Die Zeit ist besser geworden als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war es viel schlimmer gewesen. Noch. Viel, viel schlimmer. Es ist viel, viel besser geworden. Vor 20 Jahren hast du, ich habe mal nachgeguckt, lieber Bruder Karim, was ich für Bücher gelesen habe, als ich mich mit dem, als ich mich mit dem, mit dem, mit dem Islam beschäftigt habe. Ich habe geguckt, was ich für Bücher gelesen habe, als ich mich mit dem Islam beschäftigt habe. Weil ich habe letztens in den Büchern rumgestöbert, die irgendwo vorbarrikadiert sind. Und da habe ich mir gedacht, Subhanallah, wie bist du da überhaupt Muslim geworden? Von irgendwelchen Orientalisten und von absoluten Islamfeinden. Fatima, Mernisi, das ist so was wie, ja, wie heutzutage so Leute wie Ahmed Mansour und Co., die mit dem Islam gar nichts zu tun haben. Die puren Kuffer in ihren Büchern verbreiten. Ja, so. Und Subhanallah, da habe ich mir gesagt, wie bist du da, wie bist du da überhaupt zum Islam gekommen? Das ist ja der helle Wahnsinn. Ja, deswegen, das hat sich auf jeden Fall stark verbessert. Aber ich habe gemerkt, dass es so viele gibt, die nie einer darauf aufmerksam macht. Die Sünde ist komplett, die Sünde ist komplett normal. Jemand hat eine Freundin, der schämt sich nicht mal. Hamdras hat sich in vielen Teilen stark verbessert. Kopftuch, es ist normal. Nicht zu beten, es ist ganz normal. Ich war wirklich, wie ich ganz am Anfang Muslim geworden bin, ich war schockiert gewesen. Ich war schockiert gewesen, zu merken, beispielsweise beim Ramadan, wie viele nicht gefastet haben und voll begeistert waren, dass ich faste, die mich sogar gefragt haben, ob ich faste. Und voll begeistert waren, dass ich fünfmal am Tag bete. Das war für mich normal gewesen. Das heißt, es kam keiner, der mich aktiv aufgerufen hat. Es gab keine Leute, die aktiv die Jugendlichen von der Straße geholt haben. Das heißt, für mich war von vornherein klar, wir haben es hier mit Millionen von Muslimen zu tun, mit Millionen von Muslimen zu tun. und Hunderttausenden von Muslimen von Muslimen von Muslimen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, die die Religion nicht praktizieren, aber nirgendwo wird aufgerufen. Ganz selten. Und deswegen war von vornherein mein Ziel, die Botschaft überall zu verbreiten. Deswegen war von vornherein mein Ziel, die Botschaft überall zu verbreiten und da muss man Strategien für entwickeln. Und die Strategie war damals gewesen, dass ich Vorträge übersetze oder Vorträge mache und die Leute einlade, damit viele auf einmal kommen. Wo hatte ich diese Idee gehabt, liebe Geschwister? Diese Idee hatte ich, also ich hatte schon in der ganzen Anfangszeit, wo ich Muslim geworden bin, hatte ich natürlich solche Gedanken gehabt, wie kann ich die Botschaft verbreiten, aber die Idee kam mir unter anderem durch bestimmte Prediger aus Englischsprachenländern wie Saki Naik, ja, beispielsweise Biller Philips, die Hallen gemietet haben, Leute eingeladen haben, Nichtmuslime eingeladen haben und dort mit den Menschen gesprochen haben und die Idee kam mir dann, als ich in Mekka haben wir ein Ziererbuch im Unterricht studiert und da habe ich gelesen, dass der Prophet am Anfang seiner Dauer auf den Berg Safa gegangen ist und die Menschen aufgerufen hat zu kommen. Er hat sie alle auf einmal aufgerufen. Warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht, um viele auf einmal zu erreichen. Okay? Um viele auf einmal zu erreichen. So. Jetzt, was war die Lösung gewesen? Wir hatten erstmal 1994 habe ich eine CD aufgenommen und haben gesagt, guck mal, wir drucken CDs und verteilen die. Und dann auch nochmal 1995 und dann haben wir Tag der offenen Moschee gemacht und dann haben Leute eingeladen. und nachher wurde das natürlich immer größer. Aber ich will euch nur auf diese Idee bringen. Und dann ging es weiter. Bei jedem Vortrag war es mein Anliegen gewesen, die Verantwortung für die Dauer auf andere auch zu übertragen, dass sie mit ihren Mitteln Dauer machen können, weil mir klar war, dass ich alleine diese ganzen Millionen nicht erreichen kann. Diese Hunderttausend, diese Millionen nicht erreichen kann. Und deswegen haben wir beispielsweise darauf aufmerksam gemacht, die Internetseite zu verbreiten, Visitenkarten verteilt, Flyer verteilt, Infostände gemacht. Noch vor das Lease-Projekt Dauer gab es Infostände, wo Bücher verteilt wurden. Das heißt, das Ziel war, jeden Muslim dazu zu befähigen, Dauer machen zu können. Jeden Muslim dazu zu befähigen, Dauer machen zu können, egal welchen Wissensstand er hat. Ist das möglich? Ja, ist möglich. Sind das meine Worte? Nein, das sind die Worte von Sheikh Uthaymin al-Rahimullah. Sheikh Uthaymin al-Rahimullah wurde gefragt, und ich habe darüber schon ein Video gemacht, wie kann jemand Dauer machen, der wenig Wissen hat? Da sagte Sheikh Uthaymin, indem er zu dem ruft, was er weiß. Denn der Prophet sagte, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Vers ist. Und dann wurde der Sheikh gefragt, einer der größten Gelehrten dieser Zeit, der im Jahr 2001 gestorben ist, von dem ich sehr viel lese, wie macht jemand Dauer, der kein Wissen hat? Das heißt, die Frage wurde so vermittelt. Hat er gesagt, er kann Dauer machen, indem er Kassetten verteilt, Bücher verteilt, aber unter der Bedingung, dass er vor jemandem, gutes Wissen hat, dem er vertraut, fragt, ob der Inhalt dieser Kassette, ob der Inhalt dieser Bücher vernünftig ist. Das war das Ziel. Und dementsprechend kann man es natürlich auch machen, indem man sagt, verbreite die Unterricht. Heutzutage, Geschwister, wir haben Möglichkeiten ohne Ende. Über WhatsApp könnt ihr die Videos verteilen. WhatsApp gab es ja noch nicht mehr, der Anfangsentwurf mit der Dauer angefangen haben. Ihr könnt YouTube-Kanäle aufmachen. Ihr könnt diese Beiträge auf eurer Facebook-Seite teilen. Aber das ist genau das, was die Feinde der Dauer wollten. Die Jugendlichen einschüchtern. Hey, wenn du das teilst, dann kommt dieser Scheitan. Wenn du das teilst, dann kriegst du Probleme mit der Polizei. Welche Probleme sollst du denn kriegen? Es kann keine großen Probleme geben. Man kann dir nur etwas auf die Nerven gehen. Aber man muss auch ein Opfer für diese Botschaft geben. So. Das heißt, ist es schwer für dich, lieber Bruder, liebe Schwester, ist es schwer für dich, Dauer zu machen? Nein, es ist einfach. Wir haben nicht gesagt, ich verstehe auch nicht, weil es gibt wirklich, ich habe die Frage extra so gestellt, weil es gibt Leute, die glauben, das Problem ist, dass zu viele Leute Dauer machen. das ist nicht das Problem. Es soll nicht jeder Dauer machen. Natürlich soll jeder Dauer machen, der auf dem richtigen Weg ist, weil die Leute von Alun Batil schon ihre Dauer machen. Zum Atheismus, zum Christen, zum Zuhar Christen, die stehen in der Straße. Wo stehen wir? In der Disco. Ja, in der Disco. Und ich habe damals dieses Beispiel gebracht. Immer wieder, immer wieder. Ich gehe in Köln durch die Schildergasse. Das ist eine große Einkaufsstraße in Gürtel. Dann sehe ich alle möglichen Sekten, die dort stehen. Mormonen, Sagi Jehovas, Hare Krishna, und so weiter und so fort. Keine Muslime. Die Muslime sehe ich dann vorbeikommen, original. Plakate ankleben für die Private Party. Genau, du hast geteilt, dass auch da war. So. Deswegen, natürlich kann jeder Dauer machen von Alu Sunna Wal Jama. Aber mit den Möglichkeiten, die er hat, die Möglichkeit, die du hast, Video verbreiten über Whatsapp. YouTube Kanal verbreiten, YouTube Kanal aufbauen, damit meine ich nicht, dass du selber Vorträge machen sollst, nicht, weil mich falsch versteht, nein, dass du die Vorträge von vertrauenswürdigen Predigern auf deiner Seite tust, wenn du von Alu Sunna Wal Jama bist. Mit wem rede ich denn hier? Rede ich hier mit Ahmadiyya? Ich rede hier mit Leuten von Alu Sunna Jama deswegen weiß ich gerne manchmal ich kann es nicht begreifen wie es Leute gibt und normalerweise hätte ich gesagt früher hätte ich ganz andere Worte gefunden weil es mich wütend gemacht hat und traurig gemacht hat weil ich weiß dass wir uns selber im Weg stehen weil ich weiß dass wir es nicht schaffen können flächendeckend die Jugend von der Straße zu holen von den Drogen weg zu bringen vom Sina weg zu bringen wenn wir ich kenne keinen der Seminare oder Veranstaltungen macht wegen Geld kenne ich keinen und wenn er Geld nimmt aus bestimmten Gründen um die Umkosten zu decken oder was auch immer man kann dafür auch einen Lohn kriegen so wie Leute beispielsweise einen Lohn bekommen und das ist erlaubt im Islam für ihre Zeit die sie aufwenden weil sie beispielsweise den ganzen Tag keine Arbeit verrichten können weil sie sich auf solche Seminare vorbereiten müssen ich kenne Shuyuk die Geld nehmen für Auftritte die sie machen weil sie dafür leben und nicht anders leben können was sollen sie dann machen wie soll er ich hab's nicht will ich nur dazu sagen ich nicht aber wie soll diese Person effektiv leben können wenn er zehn Stunden am Tag mit Wissen beschäftigt ist nicht arbeiten gehen kann wenn er da nicht irgendwie einen Verdienst für bekommt wenn er eine Online Universität oder was auch immer aufmacht er muss ja von irgendwas leben aber darum geht's jetzt gar nicht wir sind eigentlich gerade vom Thema abgekommen eigentlich sollte ich diese Fragen später beantworten wie gesagt ich habe noch nie für einen Vortrag Geld bekommen klar gibt's mal jemand der einem Geld in die Tasche steckt das ist sein eigenes Problem aber ich bin nie zu einem Vortrag um Geld zu bekommen habe vorher gesagt ich kriege den und den Lohn wenn ich komme mache bei euch einen Vortrag okay so jetzt tadel ich die die das machen nein das ist ihre Zeit ihre Zeit geht verloren der Zeit wo sie dort hinfahren können sie nicht arbeiten gehen beispielsweise um sich darauf vorzubereiten können sie nicht arbeiten gehen so funktioniert die Dauer es ist eigentlich Wahnsinn dass die prediger nicht unterstützt werden normalerweise bei einem christlichen prediger die fahren im die sind mit dem Hubschrauber geflogen aber darum geht es nicht nochmal was mir nicht in den Kopf geht ist wie es Leute geben kann und ich hätte früher ganz andere Worte gefunden die das Problem darin sehen dass jeder Dauer macht natürlich ist es ein Problem wenn Leute die nicht von sind irgendeinen Schwachsinn labern natürlich ist es ein Problem wenn Leute Vorträge machen die keine Ahnung haben natürlich ist es ein Problem aber was ist die Lösung des Problems die Lösung des Problems ist nicht dass wir denen sagen halt die Schnauze mach nichts bleib sitzen ist nicht die Lösung ist dass wir deren Aktivität deren Liebe in die richtige Richtung lenken indem wir denen sagen guck mal Bruder guck mal Bruder du hast sehr viel Motivation aber dir fehlt das Wissen anstatt zu reden und zu schreiben und zu machen und zu tun mache doch dieses und jenes verteile doch Bücher oder drucke Kassetten oder unterstütze die Dauer mit Geld damit man DVDs drucken kann oder mache eine Internetseite auf es ist schon alleine Dauer liebe Geschwister wenn ihr eure Freunde anrufen sagt ey wollen wir heute in die Moschee fahren das ist Dauer das ist Dauer das ist eine wunderbare Dauer hey Bruder kommst heute mit und ich gebe euch allen einen Ratschlag ladet meine Videos runter ich wünsche dass die verloren gehen irgendwann mal kauft euch eine Festplatte das wäre mir noch lieber ladet die Videos runter und dann etwas anderes nehmt euch heute eure Telefonliste in den Moscheen gibt es meistens ihr könnt ja sagen ob das stimmt oder nicht ganz wenig Aktivitäten ihr könnt jetzt gleich schreiben wie ihr die Aktivitäten bei euch in der Gegend findet in den Moscheen was für die Jugend getan wird was für die Leute getan wird die weit weg sind von der Religion ich möchte kurz auf diese Frage antworten eine Schwester fragt darf eine Frau fünf mal beten Kopftuch tragen nur wenn sie betet und nicht Kopftuch tragen also wenn sie nicht betet ich denke darum geht es erst mal das Gebet und das Kopftuch tragen außerhalb des Gebetes sind zwei getrennte Sünden voneinander nicht ich beantworte die Frage weil die so wichtig ist das System dieser Frage ist so wichtig ja ich kriege diese Fragen immer wieder solche Art von Fragen darf ich das und das Gute tun das Gebet zu verrichten eine gute Tat tun wenn ich diese und jene Sünde mache erstens das Gebet nicht zu machen ist eine viel 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 größere Sünde als kein Kopftuch zu tragen okay so aber im Gebet ist es eine Bedingung damit das Gebet akzeptiert wird dass ich alles bedecke bis auf Gesicht und Hände und manche Gelehrte sagen auch die Füße müssen nicht bedeckt sein das sagen manche Gelehrte und manche Gelehrte sagen die Hände müssen auch bedeckt sein im Gebet aber okay die meisten Gelehrten sind der Meinung Gesicht und Hände müssen bis auf Gesicht und Hände muss bei der Frau alles bedeckt sein okay das ist eine Bedingung damit das Gebet akzeptiert wird warum soll ich sagen weil ich außerhalb des Gebets kein Kopftuch trage was eine Sünde ist mache ich jetzt noch eine schlimmere Sünde Brüder und Schwestern merkt euch diese Regel eine Sünde die ihr macht darf euch niemals davon abhalten eine gute Tat zu machen ich kriege diese Frage immer wieder was ist wenn man im Ramadan fastet aber man macht dieses und jenes viele haben das gar nicht verstanden das Video was ich gemacht habe darf im Ramadan eine Bank überfallen das ist eine wichtige Frage weil ich habe das extra so formuliert diese Frage weil ich andauernd diese Frage gestellt kriege über irgendwelche Sachen die eine Sünde sind darf man das machen darf man Ramadan fasten wenn man auch das und das macht eine Sünde die man macht darf einen niemals dazu bringen noch eine andere Sünde zu machen oder es wird niemals eine Sünde erlaubt oder man wird niemals gezwungen weil man eine bestimmte Sünde macht noch eine andere Sünde zu machen von Allah das heißt weil ich kein Kopftuch trage darf ich jetzt nicht beten was noch schlimmer ist entschuldige Schwester wenn ich so krass rede ich bin hier einfach emotional das nicht nicht gegen dich gerichtet sondern weil ich dafür brenne nicht dass du mich falsch verstehst ja ich will diese Regel rüberbringen eine Sünde die man macht soll einen dazu führen eine gute Tat zu machen nicht eine weitere schlechte Tat zu machen denn Allah sagt wenn nur ein Staubkörnchen Gutes tut der soll es tun der wird es sehen wenn nur ein Staubkörnchen Schlechtes macht der wird es sehen und der dessen Wachscheine schwer sind der wird in einem zufrieden Leben sein deswegen Schwester das ist jetzt nicht gegen dich gerichtet gewesen ich bin froh dass du diese Frage gestellt ist damit die auch für andere beantwortet wurde weil ich rede so weil ich verzweifelt bin dass ich Muslime sehe die denken sie dürfen eine gute Tat nicht machen weil sie andere schlechte Tat machen und da sind wir wieder beim Thema da sind wir wieder beim Thema guck mal ist das Problem mangelnde Dauer zu viel Dauer wir sehen hier in dieser Frage das Problem ist mangelnde Dauer das muss normalerweise in den Moscheen gelehrt werden das muss man normalerweise wissen ist nicht böse gemeint ich bin froh dass du die Frage gestellt hast es ist nicht böse gemeint aber ich verstehe nicht wie Leute dann auf die Idee kommen zu denken das Problem wäre die mangelnde Dauer wenn jemand Unsinn erzählt wir müssen die Leute recht leiten wir müssen den Leuten sagen die falsches sagen in der Dauer Bruder guck mal bitte du rede nicht über dieses und jenes Thema rede nicht über dieses und jenes Thema und nur weil es hier und da irgendwelche Verrückten gegeben hat die in der Dauer Falsches erzählt haben heißt es doch nicht heißt es doch nicht dass man keine Dauer mehr macht so oder Dauer mehr machen soll deswegen das Problem ist mangelnde Dauer jeder so wie er kann und macht mit es ist eure Verantwortung okay so ich bin manchmal motiviert die Leute zum Islam einzuladen zu motiviert die Leute zum Islam einzuladen das verschreckt viele Menschen oder ich weiß nicht ob das stimmt vielleicht bildest du dir das nur ein ich kann mir jetzt kein Bild genau davon machen aber ich glaube eher dass das vom Schaitan ist um dich davon wegzubringen Dauer zu machen und weil zu motiviert zu sein ich weiß es nicht es gibt immer Leute die laufen gehen beim Propheten haben sich die Ohren zugehalten aber natürlich wenn man weiß man wird zum Beispiel schnell aggressiv oder man benimmt sich voll daneben verteile einfach nur Blätter bist du ein IS Anhänger ich habe bestimmt schon 20 30 Vorträge über dieses Thema gemacht ich stehe auf der Todesliste vom IS ich bin sogar von einem IS Anhänger wegen Körperverletzung angezeigt werden ich kriege heute immer noch solche Fragen auf meiner Seite gestellt naja aber ist wenigstens eine Frage aber ich will nur sagen jeder der das behauptet jeder der das behauptet dem werde ich am jüngsten Tag nicht verzeihen nur damit man Bescheid weiß weil die Sache ist klar und deutlich und andauernd dieses dummere Quatsche es geht mir dermaßen auf die Nerven aber da sieht man was die Medien wie krank das ist du musst dir vorstellen die erwähnen 20.000 mal irgendeinen Müll der sich dann verbreitet und da kannst du gegen reden wie du willst es geht immer weiter so okay liebe Geschwister das wollte ich nur gesagt haben teilt das Video liked das Video nochmal mein Tipp an euch persönlicher Ratschlag wenn ihr selber keine Dauer machen könnt oder wenn ihr euch nicht zutrat Vorträge mit Leuten zu diskutieren ich habe einen Dauer Kurs gemacht und alle die den Dauer Kurs gemacht haben die haben mir bestätigt dass sie danach bei der Street Dauer keine Frage kam auf die sie keine Antwort hatten macht diesen Dauer Kurs den findet ihr in YouTube vielleicht auch hier auf der Facebook Seite und dann was ganz wichtig ist wer soll denn Ines sein kenne ich nicht auf jeden Fall keine Ahnung wer das sein soll hab bestimmt schon mal irgendwo den Namen gehört aber ich weiß nicht wer das sein soll auf jeden Fall nochmal dazu zu kommen ihr nehmt euch einen nehmt eure Seite schaut welche Telefonung ihr habt von Muslimen ruft sie morgen an kontaktiert sie über YouTube und sagt guck mal wir machen einmal die Woche eine Sitzung bei mir zu Hause einmal die Woche eine Sitzung bei mir zu Hause und wir schauen uns Vorträge gemeinsam an reden danach darüber lesen etwas in Reado Sarehin weil das ist notwendig weil es leider zu wenig zu wenig Dauer gibt was ist ihre Meinung über den Krieg in Afghanistan ehrlich gesagt lieber Bruder ich beschäftige mich immer mit den Problemen vor der Haustür ich kenne die Details nicht so ganz genau ich wünsche mir nur Frieden für die Muslime möge Allah Subhanahu wa ta'ala Afghanistan und dem afghanischen Volk Frieden geben Amen Gut liebe Geschwister also nochmal Daul Arka machen zu Hause Videos runterladen Brüder einladen Schwestern einladen also die Schwestern die Schwestern die Brüder die Brüder und zusammen dort Videos angucken und so werdet ihr mehr Zusammenhalt finden das ist meine Botschaft von heute ich weiß das nicht hab da noch nie was von gehört von dieser Sache muss ich nochmal nach schlagen vielleicht hab ich das auch mal gehört und dann vergessen aber ich glaube dass es nicht stimmt Allahu dann macht es gut warte mal kurz ja ist eine sehr sehr schöne Frage zu diesem Thema Bruder ich habe leider noch nicht so viel Wissen und was ich weiß erzähle ich gerne bestimmten Leuten muslimen um sie zu warnen und die kommen mir an mit super muslimen so bis ich es irgendwann aufgegeben habe und mir denke die müssen selber wissen ob sie beten oder nicht Bruder das gehört zur da war dazu der Prophet wurde abgelehnt guck mal was Allah im Koran sagt ثumma inni alantu lahum wa asratu lahum israra fa kultu stagfiru rabbakum innahu kana ghaffara das sagt Allah über Nuh der hat mit den Gerufen tags und nachts und offen und verdeckt was haben sie gemacht, die haben sich die Finger in die Ohren gesteckt haben die Kleidung über den Kopf, die wollten nichts hören das ist normal, das gehört dazu das ist der Weg der beste Tipp von mir ist mach Dua mach Dua vor, sag oh Allah gib mir die Kraft heute mit jemandem über diese Religion zu reden oh Allah, öffne die Herzen von den Geschwistern der Bruder der Bruder Abu Adam der darf keinen Kontakt mit uns haben fünf Jahre lang überhaupt nicht ein Telefonat ist er glaube ich sofort wieder im Knast ok gut liebe Geschwister das war es dann für heute macht es gut assalamu alaikum ich wollte eigentlich schon zehn Minuten ich sehe gerade es ist so lang geworden das weiß ich leider nicht ob der Karl noch lebt möge Allah sich ihm erbarmen Bruder, das Problem ist bei uns wir haben mit so vielen Leuten zu tun ja in ganz Deutschland zu tun gehabt es ist so krass ja, dass ich manchmal Leute treffe die mir sagen ey, ich bin mal mit dir da und da hingefahren sag ich Bruder, tut mir leid ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern ja hast du neue Dawa Flyer noch nicht aber inshallah werden die bald kommen ok, gut das war es jetzt wenn nicht noch eine neue schöne wichtige Frage kommt assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nochmal an die Schwester von eben sei mir nicht böse weil ich ein bisschen emotional war das war nicht wütend auf dich sondern ich war so ja, auf diese Art und Weise assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh das war nicht so